Der Untergang der Titanic mehr als 110 Jahre danach hat der britische Sender BBC hochauflösende Bilder des versunkenen Schiffes veröffentlicht. Wissenschaftler wollen damit die Ursache des Unglücks genauer untersuchen. Die Aufnahmen entstanden durch die Zusammensetzung von 700.000 Bildern zu einer 3D-Animation. Die Titanic hatte im Atlantik einen Eisberg gerammt und war gesunken. Bis heute liegt das Wrack auf dem Meeresboden. Untertitelung des ZDF, 2020